wir spielen heute wieder noch in der green hill und zwar hat green hill einen neuen spielmod den wir ausprobieren werden und zwar hat green hill den spielmod herausforderung wir hatten beim letzten mal das feuerlager gespielt gehabt wir werden heute mal das mächtige lager heute spielen ich habe schon mal gespielt gehabt auf twitch der erste link in der video beschreibung schaut doch mal gerne vorbei ich bin da doch recht häufig unterwegs wir fahren auch gleich an mit dem mächtigen lager und da sind wir schon wir sind im mächtigen lager wir haben ganz mal wieder eine timeline bis zum vierten januar 10 30 muss das entsprechende lager fertig sein wir starten am ersten januar 10 45 starten wir rein wir müssten verschiedene dinge bauen ein wasser filter am wassersammler holzbett wasser noch ein wasserfilter mittlerer unterstand und waffen halter das werden wir mal ausprobieren und auch mal schaffen denke ich mal so hier haben wir ein paar nüsse wir fangen ganz normal an und suchen uns erst mal wieder ein paar sachen die wir benötigen dass wir uns auch eine klinge machen können und eine axt und so wir suchen uns erst mal ein paar steine steine sind ziemlich wichtig hier seide können natürlich auch mitnehmen die brauchen wir bestimmt später auch ganz gut und gibt es auch ein paar steine bestimmt ja hier haben wir schon ein stein das macht haben wir mehrere steine sobald können wir die ganze steine mitnehmen ich denke mal wir brauchen hier auch mehrere extra einfach wir sind ziemlich viele holz sammeln müssen also hier können wir die ganzen steine mitnehmen da liegt auch noch ein roter vogel sehe ich gerade vielleicht können wir auch noch ein paar peter und ein bisschen fleisch man muss ja auch mal darauf achten dass wir auch was zu essen haben so den vogel nehmen mit super haben wir sechs federn bekommen dann können wir ja mal erst mal eine steinklinge herstellen noch ein stein das ist schon mal ganz gut so dann suchen wir uns jetzt noch mal ein stock den wir als axt machen können liegt hier kein stock ein klein stock ganz zufällig liegt hier kein stock sehr gut machen wir uns jetzt schnell eine axt einfach ein seil und zwei steine sehr gut dann können wir mal gucken was wir so brauchen okay wir brauchen hier lange stöcker da brauchen wir auch lange stöcker warum holz scheit okay gut dann können wir sagen mit dem holz scheit einfach anfangen so erst mal sammeln hier die liane ein da bekommen mit zwei holz scheit raus das mit dem unterstand erst mal fertig machen und weil wir unter den unterstand können wir ja dann entsprechend ein feuer machen dann geht das nicht aus wenn es anfängt zu regnen so dann wäre er so das schmacht ganz gut wenn wir noch wie ein paar stecker seile natürlich nehmen wir auch mit gerne noch eine langstock und nach dem langstock ganz zufällig hier haben wir noch einen langstock die könnten wir eigentlich auch schon mal ja komm wir packen wir mal hier hin so haben wir ja nichts ausschuss fertig gleich haben wir hier vielleicht noch einen baum den fällen können wo wir ja hier bekommen wir holz scheit raus ist euch gar nicht so weiter sie müssen gar nicht so weit laufen für sachen das mal ganz ganz so haben wir hier mal holz scheit sehr gut wie wir brauchen wir noch vier stück einmal da suchen wir uns jetzt noch mal neuen baum wo ich sehe gerade hier haben wir tabak pflanze die nehmen natürlich mit dann können wir uns später dann tabak verbände machen so hoch ist dann zu richten kleine stecker können wir natürlich auch mitnehmen für ein lagerfeuer seite haben wir genug ja seite haben wir genug okay dann machen wir uns erstmal kleine stecker das sollte ja auch ganz gut sein dass wir genügend kleine stecker haben für ein lagerfeuer wir brauchen ja auch noch kleine stecker um hier uns pfeile zu machen aber wir können uns erst mal feuer wir haben ja genügend stecker ein feueranzünder machen jetzt ein handbohrer dass wir später dann auch ein feuer machen können hier haben wir noch einen langen stock haben wir hier ist noch ein langer stock die nehmen wir natürlich auch mit und packen wir die mal hier vorne hin so da brauchen wir kohle hier was brauchen wir noch steine 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 okay brauchen wir kohle okay müssen wir das erst mal fertig machen wir könnten uns ja mal ein paar oh hier haben wir eine blume für verbände das ist mal sehr gut dann können wir auch schon verbände machen oh ja kein problem wir können uns ja eine neue axt machen wir haben wir die steine die tabakblüte brauchen wir nicht so und noch eine schnelle axt gemacht die sollten wir jetzt wieder gut dabei sein so besorgen wir uns erstmal ein paar tockene blätter und palmenblätter brauchen wir auch so erstmal trockene blätter trockenes blatt haben wir noch ein trockenes blatt hier da haben wir noch ein trockenes blatt so hier und hier nehmen wir einfach die blätter mit so die palmenblätter die brauchen wir brauchen bestimmt auch zumindest fürs große lager hier der unterstand oder mittleres unterstand ist das ja ja können wir keine handel mehr nehmen ok da haben wir wahrscheinlich genug wir packen die mal zur seite hier so das ist ein trockenes blatt na na jetzt aber hm können wir ja noch ein trockenes blatt hier da sind zwei trockenes blätter die können wir mitnehmen da haben wir auch ach so ok das ist ein normaler so wir brauchen ja auch entsprechend die palmenblätter für ein bett das können wir ja auch gebrauchen wir suchen uns jetzt einmal noch mal einen baum den wir fällen können da sehe ich gerade da haben wir ein palmherz das können wir natürlich auch mit ihm dass wir später was zu essen haben das schmeckt ganz gut er ist gut zu check so da haben wir das palmherz das nehmen wir natürlich mit ein paar seile könnten wir eigentlich auch nochmal mitnehmen hier haben wir oh wir haben zehn seile das ist gut hier sollten wir nochmal zwei ähm holzschall rausbekommen so und ja sehr gut ja perfekt dann können wir das mal fertig machen hier dann schauen wir mal was wir vielleicht brauchen hier noch einmal eine holzscheit das nächste nächste okay dann brauchen wir lange stöcker können wir ja die normalen bäume hier fällen das ist ja kein problem es ist ziemlich gut dass die bäume hier in der nähe sind wir müssten bei uns auch gucken dass wir uns auch nochmal einen sperr machen weil es kommen ja auch hier der wilde tiere und auch die eingeborenen können hier auch wieder hier rumlaufen da muss man auch ziemlich aufpassen einfach aber wenn wir uns beeilen sollten wir es auch irgendwie schaffen so wir müssten ja gleich mal auch mal gucken dass wir was zu essen noch finden so da haben wir nochmal einen langen stock ne da haben wir nochmal einen langen stock haben wir noch irgendwie hier stecker hier und wir können ja mal die pilze mitnehmen die können wir ja eigentlich auch essen ist auch ganz gut wir müssten mal gucken was haben wir was haben wir überhaupt alles zu zu essen was haben wir denn ein stück fleisch haben wir ein paar nüsse na gut nicht viel aber ist ok kleiner stock so machen wir uns ein paar kleine stöcke noch ok wir hatten doch eben noch die genau können wir uns mal Verbände herstellen das ist mal ganz gut dann machen wir den nächsten verband und hier haben wir noch ein verband dann können wir weitermachen zucken wir uns wieder ein paar stecker einfach hier haben wir noch einen baum brauchen wir jetzt noch lange stecker würde ich sagen das wird wir auch eigentlich hinkriegen so dreimal und zweimal wir müssen mal schauen wie viel wie viel mehr brauchen wir vier stück brauchen wir noch das sollten wir auch hinkriegen hier haben wir noch ein paar bäume noch dann können wir die einfach mal schnell alle mitnehmen ja gut machen wir schnell noch eine axt das ist doch kein problem deswegen ist es ja auch wichtig dass ihr die steine sammelt weil man braucht einfach ähm ziemlich viele äxte oder man muss ja eine axt bauen einfach so dann haben wir hier noch einen baum gehabt okay das ist eine blume ich mache mit dem baum noch fertig wir haben vier lange ähm stecker da ein da ein und wo waren die anderen hier war der und hier ja den nehmen wir auch mit so einmal hier so 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 seite seite hat mir ja genug hat mir eingesammelt ja da zwei seite ja gut die können wir ja schnell einsammeln hier sollten wir seite haben haben wir hier noch ein seite ja und da haben wir auch noch ein seite oder oh hm ich dachte ich habe eben was gehört aber ne gut machen wir hier nochmal die seite und dann sollten wir genug seite erstmal haben wir könnten nochmal hier könnten wir nochmal lange stecker mitnehmen oh es fängt gleich an zu regeln aber wir haben keine kokosnüsse dass wir das Wasser auffangen können schade also müssen wir gleich mal losgehen und gucken wir ob wir irgendwie kokosnüsse finden dass wir entsprechend das Regenwasser auffangen können so die seite packen wir da hin so ok was brauchen wir jetzt noch Palmbetter ja siehste nehmen wir erstmal das Palmbetter so wir haben ja hier genug Palmbetter hier in der Nähe dann können wir ja auch da unter würde ich sagen ein Feuer machen dass wir dann entsprechend ähm das Fleisch abraten können oder auch wir brauchen ja hier vorne glaube ich auch Kohle ja brauchen wir Kohle so trocken das Blatt nehmen wir natürlich mit hier haben wir auch noch ein Palmbetter hatten wir ja mitgenommen so sechs können wir das schon mal fertig machen oh 48 Stück brauche ich dafür ok jetzt müssen wir 48 Stück sammeln ähm brauchen wir noch einen Stock einen kleinen Stock einen kleinen Stock ok aber wir könnten uns hier mal einen Bogen herstellen ah ne äh ne wir machen uns mal wir hatten sechs Feilen gehabt dann machen wir uns erstmal ein paar Pfeile so ein paar Pfeile wir haben ja hier ein paar Feilen gefunden dann können wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen das ist schon mal ganz gut drei Pfeile können wir machen einen Steinsperr können wir uns auch gleich machen so haben wir jetzt mal ein paar Pfeile dann suchen wir uns jetzt hier einfach mal noch einen Baum den wir aber wir hatten ja hier noch zwei lange Stöcker sehr gut dann machen wir hier mal einen Bogen und dann machen wir hier einen Steinsperr Moment die Steinklinge brauchen wir und noch ein Seil oh wir müssen wieder ein paar Seile suchen den Bogen packen wir mal hier so mal ein bisschen sortieren machen wir uns jetzt nochmal eine schnelle Steinklinge dann können wir auch später ein paar Tiere rausnehmen aber ich merke gerade es wird ziemlich dunkel wie spät ist das überhaupt? 18 Uhr ich würde sagen wir machen wir bauen uns hier mal schnell ein Bett hin dass wir auch schlafen können ähm ein Bett ein Bett ja packen wir es da hin hatten wir nicht eben noch ein Palmblätt gehabt hier da hatten wir noch ein paar Palmblätter da brauchen wir nicht mehr so viele Palmblätter sammeln hier sind Bananen hier sind Palmen dann können wir uns später hinlegen das ist mir auch gar nicht verkehrt so dann haben wir ja auch das erste Lager oder den mittleren Unterstand auch gleich fertig das Bett ist fertig da brauchen wir jetzt Palmblätter noch dafür hier da haben wir ein Trocknersblatt das ist auch ein Trocknersblatt das ist auch ein Trocknersblatt alles trockene Blätter heute so ja das ist alles trockene Blätter wir schauen mal ob wir was brauchen zu essen und trinken mäßig ähm was haben wir denn wir haben nur ja gut wir könnten wir könnten uns kurz jetzt mal hinlegen wie spät ist denn das 19 Uhr ich denke mal wenn wir noch eine Stunde hier was machen und mit 20 Uhr uns hinlegen dann soll das gut sein von der Zeit her hier wir müssen natürlich auch mal gucken wie das wie das mehr Zeit hinkriegt weil wir können ja auch die Zeit nutzen wir haben ja auch genug Energie haben wir noch ein Palmblatt da lange Stöcker so und ah halb acht gut können wir noch mal einen Baum noch machen hier ähm haben wir hier vielleicht noch eine Palme wenn wir ja hier da gibt es noch ein paar Palme die können wir auch noch nutzen schnell so sechs haben wir dann haben wir den Unterstand auch fertig die brauchen wir noch mal zwölf Stück brauchen wir noch nehmen wir die restlichen erstmal mit hier und dann können wir die noch reinpacken da so und da oben so dann legen wir uns da einfach mal hin zum Schlafen so dann sieht die Welt auch ganz anders aus wie ich sagen dann können wir um vier Uhr aufstehen ist ganz gut dann haben wir auch wieder Energie müssen wir nur gucken dass wir was zu essen äh finden dann machen wir schnell noch fertig was brauchen wir dann was zu trinken brauchen wir wir können das paar mehr essen da können wir 20 trinken 2 Proteine und 45 Kohlenhydrate brauchen wir noch was die Nüsse könnten wir eigentlich auch mal essen das ist schon mal ganz gut dann haben wir auch schon mal wieder ein paar Fette wir müssen jetzt nur gleich gucken dass wir das ein Stück Fleisch ab braten können ähm wir müssten jetzt nur mal gucken dass wir noch ein paar Palmen da finden hier so sehr gut das sollte gut sein 6 Stück das passt doch das passt doch die brauchen wir noch 2 Stück da haben wir noch eins da haben wir auch noch eins da haben wir auch noch eins mit wenn wir gerade hier bei sind können wir noch eins mitnehmen siehst du noch eins ne schade dann sollte der Unterstand auch fertig sein so dann machen wir hier unter einfach ein Feuer hin haben wir genügend Holz ein äh haben wir schon den Feueranzünder hergestellt ja haben wir schon dann würde ich sagen machen wir noch ein paar kleine Stecker und setzen hier unter mal ein Feuer dann können wir das eine Stück Fleisch auch abraten so das ist schon mal ganz gut sind wir eigentlich ziemlich gut dabei einfach auch von der Zeit her würde ich sagen wir haben ja schon ein Teil fertig dann brauchen wir jetzt noch das Bett fertig machen und die Waffenhalter hier so das Stück Fleisch so was brauchen wir Stecker ok dann müssen wir Stecker haben trockene Blätter nehmen wir jetzt natürlich mit so ok ich sehe gerade wir haben einen Blutegel können wir mal schnell weg machen die Sonne geht auch auf so wo haben wir denn die Blutegel ah da haben wir einen Blutegel ok wir könnten mal gucken was brauchen wir hier lange Stecker ist das Fleisch fertig ja ne das braucht noch ein bisschen haben wir noch lange Stecker hier irgendwie ähm so ne aber wir haben hier normale Stecker die können wir natürlich auch mitnehmen wieder kleiner Stock so ok so das sollte eigentlich auch ganz gut sein sind wir wieder gut dabei ok den Stock nehmen wir auch mit ok sind wir voll und kleine Stecker können wir noch eins mitnehmen ok dann gucken wir mal was wir hier beim Bett brauchen noch da könnten wir kleine Stecker in packen das Fleisch ist fertig ok ok hier brauchen wir noch Holzscheit gut dann sammeln wir uns jetzt mal noch Holzscheit wieder ein aber erstmal essen wir ein bisschen was dann brauchen wir nur was zu trinken haben wir ja die Pilze haben wir auch wir hatten ja unter hier unten ja wasser gesehen gehabt das könnten wir eigentlich ja auch mal oh meine Kokosnuss die nehmen wir natürlich mit gibt es hier noch mehr Kokosnüsse ja super die könnten wir ja eigentlich mal abwerfen ja die werfen wir die holen uns da einfach mal da haben wir auch was zu trinken das ist super komm mal runter da dann machen wir jetzt noch mehr Axt geht schneller so und die nächste Kokosnuss holen wir aus auch dann brauchen wir auch nicht das dreckige Wasser trinken das schmeckt super so wo ist jetzt die Steinklinge da ok perfekt ok dann können wir ja eigentlich mal das so machen dann trinken wir einmal was und benutzen den als Behälter dann trinken wir die auch den trinken wir auch und die brechen wir einfach auseinander dann können wir die Schalen benutzen für Wasser dann fängt ja auch gleich wieder an zu regnen das ist super dann können wir das Wasser auffangen dann brauchen wir uns da auch keine Gedanken machen um ihn trinken das geht super würde ich sagen so Kokosnussschale 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 so und zack ok sind wir dann einigermaßen wieder fit na gut nur was für Essen brauchen wir so was hat man gesagt hat ich brauche einen Holzscheit ok wir müssen mal gucken ob wir noch so einen Baum finden vor vorne der Baum sollte gut sein da sollten wir zwei Halsscheit rein kriegen so und drehen wir jetzt zwei raus dann können wir schon mal das Bett auch mal fertig machen würde ich sagen und holen wir uns gleich nächsten ähm Holzscheit haben wir oder mehr Geanen brauchen wir natürlich auch haben wir auch keine mehr die haben wir ja hier lange Stecker gehabt eben und hier haben wir noch einen Baum hier können wir noch mal zwei Stück raus nehmen so und gebe ihn sehr gut dann sind wir eigentlich auch ziemlich gut dabei würde ich sagen haben wir auch fast im Prinzip geschafft brauchen wir jetzt nur noch lange Stecker für die anderen die Stelle hier das brauchen wir hier noch ok da brauchen wir lange Stecker auch hier haben wir noch ein paar Pilze nehmen wir natürlich mit die können wir ja auch essen wäre ganz günstig wenn wir ja vielleicht mal ein Tier jagen könnten dass wir ja auch ein Stück Fleisch nach uns bekommen da liegt noch vorne noch eine Feder sehe ich gerade die nehmen wir natürlich mit wie viele Feder haben wir jetzt? eine Feder? hmmm gut ein langes Stock da haben wir noch einen langen Stock können wir mal kurz zur Seite packen ich kann ja auch noch ein paar mehr mitnehmen wir haben hier noch ein paar Bäume so würde gut sein hier den langen Stock sollst du mitnehmen wo ist der nächste langen Stock? und du rollst die runter ok so wo haben wir die anderen beiden hingepackt? hier vorne oh können wir eigentlich auch hinpacken so nehmen wir den nächsten Baum oh ja ist kein Problem wir haben noch vier Steine so einen Seiler haben wir auch noch haben wir wenigstens noch eine Axt dann können wir damit auch fertig werden ok ein langen Stock und da haben wir auch noch einen langen Stock wie viel können wir tragen? sechs oder fünf? ah wir können nur fünf tragen aber ist ok 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 ein Stock brauchen wir noch hatten wir ja noch ein Liegen gehabt dann haben wir das Bett hier auch gleich fertig so was brauchen wir jetzt noch? Palmblitter hatten wir nicht noch einen Palmblatt hier gehabt ja liegen noch drei Stück gut dann ist das Bett hier auch fertig wir können ja unser Bett hier auch kaputt machen würde ich sagen das brauchen wir ja entsprechend nicht mehr ist doch auch ganz gut so dann können wir wenigstens ein Palmblatt da raus so sechs Palmblätter auch sieben oder? so dann haben wir das Bett auch fertig das ist doch auch schon mal sehr gut so können wir jetzt noch lange Stock was brauchen wir hier? auch lange Stock wir müssten mal gucken dass wir erstmal was zu essen bekommen können wir hier wenn das stehen bleibt können wir das hier vielleicht treffen na bleibt nicht stehen na gut da ist irgendwas runtergefallen eben hab ich gesehen da haben wir so ein ähm Spannchen hier wir nehmen mal den Speer das Problem ist nur die müsste stehen bleiben dass wir die ah ja da sind schon mal eingeborene ah ja wo sitzt der? so haben wir getroffen ich weiß aber nicht wo der eingeborene ist wir nehmen wir das Wasserschwein hier mit schnell machen wir wenigstens was zu essen die Frage ist nur der eingeborene unten ich weiß jetzt nicht wo der ist der ist ziemlich dichter einfach ne in unserem Lager nach meinem Geschmack ein bisschen zu dicht aber ist okay so wir können ja hier jetzt das Fleisch raufpacken da haben wir auch was zu essen das schmeckt ganz gut hier können wir das Wasser auffüllen dann sollten wir eigentlich auch jetzt so mit essen und trinken aber ganz glücklich sein was hat mir gesagt gerade was brauchen wir noch? ach ja lange Stöcker ja die besorgen wir uns jetzt mal schnell gut dann müssen wir jetzt aufpassen dass die eingeborenen dann nicht hier unten unser Lager entdecken dass wir uns das irgendwie kaputt machen oder uns angreifen das muss ja auch nicht sein das hier brauchen wir zwei lange Stöcker noch okay hier haben wir noch einen Baum den können wir noch schnell fällen und oh mehr hier vorne haben wir da haben wir noch eine Feder gefunden und hier haben wir noch mal eine Pflanze mit Verbände das schmeckt sehr gut dann können wir uns nochmal Verbände machen ich glaube ich glaube die brauchen wir dann auch weil wenn wir nicht eingeborenen dann eingreifen dass wir uns ein bisschen verbinden können wenn wir verletzt sind so weiße 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 Baum den wir immer fällen wollten auch mehr oh ha hier haben wir noch ein paar Bananen die können wir natürlich auch mitnehmen das ist auch ganz gut ja da ist irgendwie eine Spinne ah ja und da ist eine Schlange ja gut aber kein Problem eine Schlange können wir haben so mitnehmen hau ab hau ab Schlange ähm jo wo ist meine Steinklinge da so nehmen wir die Schlange einfach auch mit dann haben wir noch ein paar Bananen noch ein Stück Fleisch und sind wir eigentlich recht gut dabei können wir die Bananen noch mitnehmen ah die Spinne ähm ja hier haben wir noch einen Baum nehmen wir den Baum hier so ok langer Stock langer Stock ok das müssen wir haben normaler Stock so ist das Fleisch fertig nein das Fleisch ist noch nicht fertig schade ähm ja komm hier ich muss neu abbraten so so sollte gut sein dann brauchen wir nur was zu trinken dann sind wir auch gleich wieder fit da brauchen wir jetzt nur noch was zu essen Fleisch ist ja drauf das ist ein Feuer ähm normale Stecker brauchen wir wir haben hier ein paar kleine Stecker kleine Stecker haben wir genug wir könnten die eigentlich um oder weghauen hier können wir auch noch ein Stück raus einmal zweimal sehr gut ach hier haben wir ein paar Stecker rumliegen das ist gut so sollte ja eigentlich ganz gut sein brauchen wir noch ein paar Linear an ja weiß nicht nehmen wir einmal welche mit wir hatten sowieso keine mehr gehabt also besser ist es würde ich sagen ok Stecker sind wir auch durch dann schauen wir mal was wir hier noch vorne noch brauchen so Seile ein Seil brauchen wir noch haben wir vorne Seile noch dran was ist hier hinten gibt es hier Seile ja hier gibt es welche das ist schon mal gut können wir die einfach mit mitnehmen dann brauchen wir auch ein paar Früchte gefunden ja die nehmen wir natürlich mit die können wir natürlich auch essen sehr schön wie gesagt ist gar nicht so schlecht dass die ganzen Sachen in der Nähe hier auch wachsen dann muss man wirklich mal gucken das ist super so dann schauen wir mal was wir hier noch brauchen äh Palenblätter ja ja haben wir doch noch das sollte ja auch gehen äh Palenblätter dann sind wir hier auch durch damit oder ja dann sind wir damit auch durch dann haben wir hier schon mal einen Wasserspender die können wir mal nehmen und da schon mal einmal untersetzen würde ich sagen dann können wir immer Wasser was brauchen wir jetzt noch lange Stecker das Fleisch sollte eigentlich auch gut sein das ist ein Stück da hinten das könnten wir eigentlich auch gleich mal essen würde ich sagen das essen wir einfach mal 68 Proteine, 20 Fett und 15 Energie dann sind wir wieder richtig fit hier das brauchen wir jetzt nur noch lange Stecker würde ich sagen und wir brauchen wir könnten vielleicht noch ein zweites Feuer bauen dann haben wir genug Holz 8 und 10 ja dann machen wir hier einfach nochmal ein neues Feuer hin weil ich habe ja gesehen gehabt wir brauchen da ähm Kohle und ähm bei zwei Feuer geht es ja auch schneller würde ich sagen trockene Blatt hatten wir auch und wir können das Fleisch auch schneller abraten geht ja auch schneller natürlich so das Fleisch zack zack so dann besorgen wir uns jetzt noch mal ein paar lange hier brauchen wir Kohle aber oh wir haben keine Steine mehr ich glaube wir haben noch zwei Steine brauchen wir keine Steine? ach da haben wir schon Steine reingepackt ah ja gut okay dann würde ich sagen hängen wir einfach den Baum hier da kriegen wir zwei Holzscheits raus aber auch noch lange Stecker so wir nehmen hier erstmal die Holzscheit mit die können wir hier zur Seite packen so und dann nehmen wir einfach die langen Stecker mit äh normalen Stecker können wir auch mitnehmen gut wir haben gar keinen Stecker mehr dann nehmen wir erstmal die kleinen Stecker mehr hier im normalen das wäre unser Vorrat hier auffüllen wir so langer Stock war jetzt eine zweite langer Stock haben wir nur einen langen Stock rausgekriegt ah ja siehste da ist ein eingeborener da ist und der macht uns erst erstmal das Bett kaputt hier hallo hör mal auf damit hör auf damit ah ja läufst du jetzt weg oder wie siehts aus kommst du wieder oder jetzt bist du gestorben der hat uns das Bett kaputt gemacht aber ist okay wir kriegen zumindest unsere Pfeile wieder wir müssen das Bett wieder neu machen aber das ist kein Problem das ist kein Problem ähm wir könnten Messmännchenfleisch das brauchen wir natürlich nicht das schmeißen weg aber die maden nicht mehr mit so das Fleisch ist fertig das ist auch fertig haben wir auch ein Stück Fleisch von der Klapperflange kommt hier noch? noch was? ne gut dann da haben wir oh wir sind ziemlich schwer ähm wir packen mal die Knochen mal zur Seite die sind ja auch ziemlich schwer wir könnten uns vielleicht eine Knochenrüstung herstellen das könnten wir vielleicht machen aber wir packen erstmal erstmal die ganzen Knochen weg dann sind wir auch ein bisschen leichter wieder dann schauen wir mal einfach mal was wir hier brauchen so nehmen wir mal die ganzen Palmenblätter so dann müssen wir hier alles neu machen da haben wir einen langen Stock haben wir auch noch ja komm wir packen da hin was brauchen wir hier da haben wir noch einen Holzscheit ja ok jetzt sollte eigentlich auch ziemlich schnell gehen dass wir ähm na jetzt schalten wir dann eben so haben wir noch keine Stecker mehr jetzt mal ein paar Stecker sammeln ähm ok ist das Fleisch fertig das Fleisch ist fertig komm ich wieder einen an komm ich wieder einen an so haben wir hier vielleicht noch was liegen oder ah da haben wir noch einen Stock so jetzt brauchen wir hier Holzscheit eigentlich haben wir hier drei Stück hat er aber ziemlich schnell kaputt gekriegt ne die eingeborene dann brauchen wir jetzt noch mal einen Holzscheit und dann haben wir wieder lange Stöcker hier haben wir jetzt noch zwei lange Stöcker die können wir auch mitnehmen dann können wir das andere hier mal fertig machen dann müssen wir jetzt noch einen Baum suchen wo wir Holzscheit rauskriegen immer aufpassen dass hier nicht ein Tier gleich um die Ecke kommt oder vielleicht noch mal ein eingeborener so so Holzscheit Holzscheit die brauchen wir hier noch zwei Stück ne dann brauchen wir lange Stöcker so lange Stöcker kann man den Baum hier fällen das sollte gehen ok ok ein langer Stock vom nächsten langer Stock sehr gut es ist eigentlich völlig egal ob wir das hier fertig machen oder das hier fertig machen jetzt brauchen wir Seile dann haben wir das auch fertig jetzt brauchen wir jetzt noch lange Stöcker hier haben wir auch noch einen Holzscheit wir gucken mal ob wir hier noch zum Baum finden den wir fällen können für lange Stöcker war hier was? ne ok langer Stock ein langer Stock ein langer Stock da haben wir auch einen kleinen Stock liegen können wir mitnehmen die Stöcker natürlich nehmen wir alle mit können wir natürlich gebrauchen das Feuer ist auch gleich aus können wir auch gebrauchen wie brauchen wir dann noch vier Stück gut Seile haben wir sind wir gut dabei Essen sind wir eigentlich auch gut dabei ok dann suchen wir uns jetzt schnell noch lange Stöcker wir könnten eigentlich auch einen Holzscheit kaputt machen dann kriegen wir auch nochmal lange Stöcker raus na ein langer Stock zweiten brauchen wir ja noch zwei Stück dann suchen wir uns schnell einen Baum noch und sollten wir auch mit dem Bett fertig sein dann brauchen wir jetzt nur noch die Kohle müssen wir noch abwarten so und ok ok ein langer Stock und jetzt weiter so super na dann brauchen wir jetzt noch die Palmblätter wir hatten ja noch ein paar Palmblätter hatten wir ja noch gehabt die hatten wir ja zur Seite gepackt so können wir auch mal schnell hinpacken dann können wir zur Seite hier das machen geht das von der Seite gleich drei Stück brauchen wir noch wir sehen gerade wir haben ein paar Blutegel die machen wir erstmal weg sehr gut ok ich glaube zwei Stück brauchen wir auch noch so dann brauchen wir jetzt noch warten wir jetzt noch die Kohle ab und dann sind wir auch durch damit wir könnten ja gucken dass wir eigentlich was zu essen und Kohlen gerade noch ähm ja eine Banane haben wir noch das ist ganz gut dann warten wir hier einfach mal mal bis das Feuer ausgeht dass wir die Kohle kriegen entsprechend da reinpacken können und dann sollten wir eigentlich ähm durch sein sollten wir die Aufgabe ähm fertig haben wir könnten wir könnten eigentlich auch schlafen gehen wie spät ist das ja gut halb sechs ja könnten wir gleich mal machen wir warten einfach das eine Feuer hier ähm ab welchen Tag sind wir am zweiten Tag sind wir sehr gut an der Zeit Na komm Feuer geh aus dass wir schnell weiter machen können wir können mal was trinken noch und jetzt ist das Feuer ausgegangen Kohle nehmen wir so jetzt brauchen wir Bambuscheid aha Bambuscheid wo finden wir denn einen Bambus ähm das ist jetzt eine gute Frage wo finden wir Bambus ähm gut ähm das haben wir gesagt ab halb sechs ist es ich denke mal sehr gute 18 Uhr ich denke einfach mal wir warten noch ein bisschen bis das Feuer ausgeht legen wir uns dann einfach zum schlafen hin und werden am nächsten Tag dann suchen ähm also Bambuscheid werden wir einfach suchen um dann das Lager fertig zu stellen ja Lagerfeuer Lagerfeuer ist ein Brett noch ein bisschen dann legen wir uns einfach mal hin zum schlafen würde ich sagen aber es regnet ja auch könnten wir unsere Wasservorrat oben da ist und die Pilze auch die könnten wir aber Wasservorrat hatten wir auch auch voll und wir trinken einfach so einen Schluck und legen uns einfach jetzt mal schnell hin und könnten einfach auch mal schlafen einfach auch noch durchschlafen würde ich sagen ja gut wir müssten einmal kurz aufstehen so jetzt ungefähr das Feuer das brennt noch legen wir uns nochmal hin dann sollte das Feuer auch aus sein um 7 Uhr können wir aufstehen am dritten Tag das ist doch super das Feuer sollte auch aus sein ja da haben wir die Lagerfeuerasche Kohle super dann suchen wir jetzt noch Bambus jetzt wie sieht es aus mit Essen trinken oh ok das ist schlecht geworden das ist aber kein Problem die können wir auch mal zerstören die brauchen auch nicht mehr essen wir ein Stück Fleisch eine Banane trinken wir das Kokosnussfleisch hier ok ja das ist kein Problem so sind wir jetzt wieder durch fit ja dann suchen wir jetzt einen Bambus ich glaube da hinten müsste ein Bambus irgendwo sein wir schauen einfach mal wir müssten jetzt wirklich nur aufpassen wir nehmen mal einen Fallenbogen dass wir hier hätten wir noch einen Stein können wir mal mitnehmen dass wir wenn wir jetzt zurückkommen dass unser Lager auch noch steht da haben wir auch noch ein paar Pilze können wir mitnehmen dass nicht die Eingeborenen in der Lage gemacht haben wir essen mal die Pilze so schnell dann haben wir auch keine Parasiten mehr gibt es hier hinten Bambus wir schauen mal können wir hier durch? ja ja ähm ein Vogelnest ja nimm mal mit so hier gibt es keinen Bambus hier gibt es hier keinen Bambus das ist nicht gut so okay ja ein Glück habe ich noch gesehen aber die können wir mitnehmen da haben wir auch noch was zu essen wir haben ja im Prinzip noch genügend Zeit noch um Bambus zu finden wir müssen mal gucken wir müssen mal gucken ob wir hier irgendwo da haben wir noch ein Nuss die nehmen wir natürlich mit so jetzt schauen wir mal ob wir hier hinten irgendwo Dings finden hier unten vielleicht dass wir hier runter gehen können ok ja hopp lauf mal runter check die gehen mal hier unten links wir schauen mal hier unten müssen doch irgendwo Bambus sein ah hier haben wir noch einen Vogel nehmen wir natürlich auch mit dann können wir wieder ein paar Pfeile machen zwölf Fädeln haben wir wir schauen einfach mal was die wow ok das war jetzt ein Jaguar jetzt haben wir alles gesehen jetzt haben wir alles gesehen wir haben jetzt die Eingeborenen gesehen wir haben jetzt ein Jaguar gesehen da ist die Verletzung aber wir haben ja ein Glück Verbände das ist schon mal ganz gut haben wir noch mehr Verbände noch eine Verletzung wir schauen mal wo hat er uns noch erwischt hat er uns noch erwischt hat er uns noch erwischt so da haben wir noch noch einen blödekel da habe ich mich aber auch wirklich erschrocken der blöde Jaguar na gut aber da haben wir auch wieder genug Fleisch die Knochen können wir natürlich wegwerfen also Fleisch haben wir ja genug ok ok wir können uns noch einmal waschen würde ich sagen das wäre aber wir ähm wir haben Fieber doch haben wir Fieber ok ok waschen uns einmal ein Glück haben wir ja ein paar Maden mitgenommen ja haben wir ja noch dann können wir ja die Maden ja auch auf andere Wunde machen so wo haben wir die Maden da machen die Maden hin wir haben jetzt nur noch die noch Fieber also so ein Wasserspannchen so gibt es hier unten irgendwo ähm Bambus wir schauen mal wo wir hinten hier rauskommen können könnte ja vielleicht auch noch ein Krokodil sein das ist dann gibt es hier noch irgendwas anderes ein paar Mäuse gibt es hier noch ok wir schauen mal wo wir hier naja die Schlange ok dann sind wir auch jetzt noch vergiftet ist aber auch kein Problem wir haben ja liegen Verbände nein du sollst nein du sollst erstmal auf Herstein gehen wir können hier haben wir Tabakpflanze haben wir auch so dann können wir ja mal gucken wo wir gebissen wurden sind da nicht wahrscheinlich auf dem anderen Bein ok das sollte gut sein wir haben jetzt zwar Fieber und ähm diese sind vergiftet ein paar Bananen haben wir hier noch die nehmen wir natürlich mit so jetzt schauen wir mal wo wir ist da vorne Bambus ja da vorne ist Bambus super dann können wir hier irgendwo mal rumlaufen würde ich sagen müssen wir gucken dass wir da rüber kommen wo kommen wir da rüber dass wir da vorne kommen wir rüber wir müssen jetzt nur gucken dass wir genügend zu trinken haben zwei Baume Schall braucht man die sollten wir eigentlich auch schnell bekommen ok die sollten wir rüberflücken oh dass ein Kokensutel ja die können wir ja gleich wir haben schon wieder irgendwie eine Verletzung ich glaube das ist die Verletzung hier Da können wir nochmal Verband drüber machen. Sehr gut. Wir haben jetzt noch Fieber. Ja, gut, kein Problem. Ja, ja. Wir haben ja hier Kokosnüsse. Die kannst du ja essen. Mal trinken auch. Dann schießen wir einfach die Kokosnüsse runter. Oh Mist. Dann nehmen wir so. Okay, Steinklinge. Mir fallen Bogen. Ist jetzt auch nicht so gut. Aber wir haben ja unser Steinmesser hier. So. Das sollten wir hinkriegen. Ihre Steinklinge. So. Super. Dann kannst du vielleicht mal trinken. Dann bist du auch nicht mehr durstig. Dann kannst du es auch gleich essen. Wir haben auch kein... Wir sind nicht mehr vergiftet. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir jetzt nur noch ein bisschen Fieber. Und das sollten wir auch hinkriegen. So. Das kannst du gleich mal essen. Das kannst du auch essen. Das kannst du auch essen. Was brauchen wir noch? Du brauchst nur noch ein bisschen was zu trinken. Das kannst du auch essen. Oh, die haben ja auch nicht mehr so viel drin, ne? Haben wir denn... Ja, komm. Dann trinken wir einfach hier. Wir waschen. Du sollst nicht. Du sollst hier was trinken. Ist zwar nicht so gut. Wir haben jetzt auch Parasiten bekommen. Aber... Du hast keinen Durst mehr. Das schmackert besser. So. Okay, du musst dich aufstehen. Das ist jetzt auch nicht so gut. Durch ein Fieber, ne? Ähm... Das ist jetzt echt nicht so gut. Haben wir denn hier vielleicht... Ah, das ist jetzt nicht so... Haben wir noch Knochen? Jetzt bei Knochen. Wir machen uns mal eine Knochennadel. Weil... Dann legen wir uns einfach hier hin. Und schlafen ein bisschen. Sollte man ja nicht machen. Man sollte sich immer ein Bett bauen. Weil... Sonst... Ähm... Bekommen wir Würmer. Wir haben Würmer bekommen. Das wollen wir ja nicht haben. Da haben wir einen Wurm bekommen. Müssen wir das mal aufmachen. Und einen Verbandrüber machen. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Fieber. Aber wir können uns jetzt hier auch... Die Bambuscheid besorgen. Ja, gut. Okay, wir haben aber noch Steine. Das ist okay. So. Okay. Sollte gut sein. Okay. Das haben wir auch. Bambus. Wo ist der zweite? Da. Und dann können wir den mal rüberspringen, würde ich sagen. So. Dann gehen wir einfach wieder ab nach Hause, würde ich sagen. Und sollten wir eigentlich die Aufgabe geschafft haben. Okay. Du hast auch keine Kraft mehr. Wir gucken mal. Da hätten wir noch eine Tabakpflanze. Wir gucken mal. Vielleicht können wir es mal kurz ablehnen. Wir gucken mal, in welche Richtung wir laufen müssen. Thirsty. Hast du schon wieder Durst? Ernsthaft? Ja, dann trink mal einen Schluck. Hier. Dann trink einfach mal einen Schluck. Gut. Willst du noch einen Schluck trinken? Trink noch einen Schluck. Nein. Schade Idee. Gut. Wir haben jetzt vier Parasiten. Haben wir noch ein paar. Die können wir wegschmeißen. Die oben auch. Und da haben wir noch einen. Gut. Dann können wir noch ein Stück Fleisch essen. Gibt wenigstens ein bisschen Energie. Wir gucken mal, in welche Richtung wir laufen müssen. Ja, einfach nur geradeaus. Dann nehmen wir die hier mit, die Bambuscheid. Müssen wir einfach nur geradeaus laufen. Da sollten wir eigentlich auch... Da ist noch eine Schlange. Aber wir sind gut vorbeigelaufen. Die dürfen nicht laufen. Wir haben auch nicht mehr so viel Energie und so viel Kraft. Gibt das Fieber. Deswegen müssen wir ganz gemütlich machen. Wir haben ja eigentlich eine genügend Zeit jetzt noch. Um die hier hinzubringen. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt... Ob wir ja richtig laufen. Na, sollte eigentlich... Irgendwie richtig sein. Hm. Wir können ja mal gucken nochmal. Der Weg richtig ist. Da ist noch eine Klapperschlange. Sehe ich gerade. Wir müssen in den Osten. Ja, sollte eigentlich gut sein. In den Osten, ne? In die Richtung. Müssen wir laufen. Ich muss sich ausruhen. Ach, nö, bitte nicht. Ah ja. Ja, gut. Aber wir können doch... Ja, etwas essen können wir. Dann können wir ein bisschen... Energie... Auch nicht so viel, aber... Immerhin. Was sind wir denn? 47, 21. Müssen wir nur ein bisschen in den Süden laufen. 21 Süden. Okay. Also, wir gehen mal hier in die Richtung. Dann sollten wir eigentlich auch doch da ankommen. Zu einem Lager. Wo ist unser Lager? Äh, da ist eine Schlange wieder. So, 21, 17 waren wir eben. Das müsste auch gleich hier auftauchen. Ob wir es da schaffen, bevor wir uns ausruhen müssen? Äh, wird ziemlich schwierig. So, 18, 21 müssen wir... 21. Na, komm. Kannst du auch mitnehmen. Müsst du ja gleich hier auftauchen. In der Lager. Na gut, ein Stückchen müssten wir... Gell, ich will die Hüse trinken. Müsst du mir was trinken? Okay. In der Ausruhe musst du dich auch. Aber... Das müsste ja eigentlich gleich hier auftauchen. Hier haben wir schon mal den großen Baum. Das wird ziemlich eng, würde ich sagen. Wenn, dann finden wir es jetzt gleich. Oh, da haben wir... Da haben wir ja schon mal... Sieh hier. Die... Mehr Früchte. Die können wir essen. Da hast du auch ein bisschen was zu trinken. So. Und dann rufst du dich einfach ganz kurz aus hier. Ganz kurz schlafen. Dass du ein bisschen Energie kriegst, Jack. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts, haben wir. Aber ist okay. Also wir gucken mal ganz kurz auf die Gradzahl, wo wir hinmüssen. Wir müssen nur noch Osten... Ne, nach Süden müssen wir. So. Einfach in die Richtung. Dann müsste eigentlich das Lager gleich auftauchen. Da vorne ist das Lager. Und dann sollten wir es eigentlich auch geschafft haben. So, die beiden noch. So, Seile. Oh, wir brauchen noch ein paar Seile. Ja, die können wir uns ja schnell besorgen. Wir haben zwar auch jetzt einen Wurm bekommen. Irgendwo. Aber das sollten wir in der Zwischenzeit, bevor wir den Wurm entfernen, brauchen wir nur um 2, 3 Seile. Und dann haben wir es ja auch geschafft. So, 2 Seile brauchen wir. Zack. Und wir haben es geschafft. Erfolgreich. Wir haben es am 3. Januar geschafft. Um 22.05 Uhr. Das ist auch mal super. Ja, perfekt. Am 3. Tag. Gut, liebe Freunde. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie lange ihr gebraucht habt. Würde mich mega interessieren. Und ja, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, gebt doch ein Like hoch. Abonniert den Kanal. Aktiviert den Kanal. Würde mich mega freuen und mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn das heißt, eine weitere Folge Green Hill. Dann bedanke mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert. Aber los jetzt.